Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Fail, wohlgemerkt, Crossfire. Ja, wir spielen jetzt eine Runde Laboratory Ghost Mode auf der Seite der Partei-Diga. Und ich muss den Ton gleich mal lauter machen. Okay, lieber wieder abhauen. Sauber. Flashbang. Um alle zu trollen und lauter muss es. Macker! Wie geil! Sauber! Ich versuch grad meinen PC lauter zu kriegen, aber ich schaff's irgendwie nicht ganz. Ist vielleicht... Nee, das kann ich auch nicht lauter machen. Schade. Feuer in the Hall! Feuer in the Hall! Ich werd angesch... ...rieben. Flash grenade! Shadow. Who the fuck is Shadow? I've got to see it. Broken bomb! Ich hab ewig kein Ghost Mode mehr gespielt. Hier war doch grad einer. Ich glaub, ich hab überhaupt kein Speed defuse. Das ist ganz schlecht, aber ich muss es jetzt tun. Oder sonst... Nein! Irgendjemand defusen! Schnell! 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 Oh, defuse doch einfach, ey! Ja, ist trotzdem gekickt, auch wenn's mir egal war, aber... Er hat ein bisschen getwollt. Oder ein bisschen mehr. Bisschen da reinballern. Ich hab doch irgendjemand grad nach mir ausgerollt. Nein! Oh, die Ghosts sind extrem gut in diesem Game. Und wieder abhauen. Und eine Granate da rein. Ah, schade. Dieses Mal leider. Nein! Aber ich hau mal so viel Schaden raus, ey. Aber immer nur so zufällig. Wahrscheinlich das eine war auch mal... Garantiert mit Granate. Und er steht... Ah, meine KD ist... Schlecht. Ja. Sowieso... Auf der Global Risk Seite bin ich nicht so der Beste. Der bleibt drin. Ich hab ja, ich bin nicht aufgefallen, als wär er ein Hacker. Ich mein, der ist zwar ein Smiley und... haut ordentlich Kills raus. Und da stand, glaub ich, grad ein Geist neben ihm. Aber... Er muss ja nicht unbedingt deswegen ein Hacker sein. Und... Moment mal. Ja, immer wenn ich F11 oder F12 drück, dann... Nee, Quatsch. Bei F12 ist das. Dann dreht sich... Die FHS-Anzeige von meinem Fraps immer. Hä. Aber ich glaub, diese Runde gewinnen wir. Das kriegen wir hin. Und die sollten mal zu B gehen, weil da grad jemand gestorben ist. Manche Leute sind auch so schlau, ey. Ja. Gut, hat ja geklappt. Kick Ace Loops. Hm, nö. Ich bleib da nicht stehen. Ich hab Angst. Boom. Geil. Zwei Smunknades auf einem Haufen. Hm. Nichts getroffen. Die hängen da ja häufiger mal vom Ausgang. Eingang, wie auch immer. Ein bisschen hier rumslashen. Genauso wie ganzen Roses. Boah, das war mal ein Wortspiel. Okay, bei A sind die anscheinend. Geh du mal vor. Ich cover dir ja den Rücken. Du bleibst drin. Wow. Wow, wow. Ich dachte, da steht jemand. Aber das lag daran, dass das an der Wand so war. Und... Wo ist die Bombe? Der Fuse, die Bombe, Mann. Wo ist die Bombe? Okay. Bombe, das schafft ihr. Geht doch. Ich hab jetzt echt das Verlangen zu gewinnen. Wo meine KD... Naja... 1 zu 3 ist. Immerhin. Mal eben ein bisschen trollen hier mit einer Makro. Da hat ein Stand einer. Und... Da stand eben auch einer. Nee, steht hier alle im Wickel. Wie mies, ey. Okay, anscheinend sind die bei A. Okay. Okay. Da war noch einer. Alter, Breast Knuckles. Die wollte ich auch mal haben. Ich glaub, die... Ich versuch mir nochmal irgendwann die zu holen. Ja, kaum lasst die Fuse zu. Sauber. Erstmal. Ja. Gut Schott. Ich möchte nicht, dass jemand gekickt wird. Wir sind am Gewinn. Auch wenn da vielleicht ein Hacker bei ist. Aber das ist mehr... Im Prinzip in Ghostbusters gibt es einfach solche Prostys. So extrem darauf haben, dass man eigentlich... Generell glaubt, dass die hacken. Das ist einfach so. Ich mein, guckt euch OMG It's a Duck an. Also Duck. Die Videos OMG It's a Duck. Das ist einfach übertrieben, was manche Leute drauf haben. Und ich mein, das ist ja noch... Ich weiß nicht. Wenig will ich auch nicht sagen. Weil das stimmt nicht. Der hat echt ne Menge drauf. Weitaus mehr als ich. Ich mein, ich hab sowieso... Was Crossfire angeht, überhaupt nichts drauf. Oh yeah. Ich hab nur gesehen, dass jemand gestorben ist. Und dann hab ich geschossen. Und... Hier plantet jemand. Ich geh mal eben weg. Und geh wieder hin. Ne. Rennen die wohl woanders rum. Ich hab da gerade einen Schritt gehört. Stop lying. Die haben gutes Englisch. Muss ich sagen. Lieging. tipo go. Ich hab drehen. Okay. Na ihr Idiot man! Was flasht ihr mich? Haha. A-a. Ich wollte sagen, ich habe doch gerade einen getroffen. Wenn jemand defusen, wir covern. Wo ist denn die Bombe? Die ist noch gar nicht geplantet. Oh, und ich kriege hier halt ein Herz, Kasper. Ja, haben wir verstanden. Wie ihr seid. Los hier. Wir werden jetzt nicht verlieren. Das sehe ich nicht ein. Bam. Jetzt defuse doch. Da habt ihr meine Waffen. Ich gebe auf. Ich gehe jetzt nach Hause. Tschüss. Ich hasse euch alle. Ja, der wird gekickt. Getrollt. Gut, dann sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe noch eine Waffe aufgehoben. Und kurz auf meine KD gucken. Bam. Gut, dann bewertet gerne das Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss.